Ich wackele immer am Anfang so zu der Anmode einfach rum, aber dann lädt das Spiel einfach so lange und dann ist es weird. Hallo und herzlich willkommen in der Ditte der deutschen Vorzene, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen. Wir spielen eine weitere Runde, zwei gegen zwei, mit der Finn von Danke Merkel. Hello. C. Hello. C. Wir spielen Warzenschwein, ne, den guten Alten. Ähm. Und. Ich gehe n' Jux. Ja, ich mag n' Jux. Magst du auch n' Jux? Ich mag auch n' Jux. N' Jux sind so toll. Hi, liebe Jux. Ich hab letztens, ja wirklich, also pass auf, ich hab wieder Games der FPL gecastet, ne, also freudig. Ja, 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 ja. Freudig, freudig, da kommt was, da kommt was Feines. Aber hoffentlich nicht die von mir gegen, äh, von uns gegen Domi Bowser. Nein, euch cast ich doch gar nicht mehr, ihr seid doch, wäh. Nein. Alles klar, hör mal. Nein, euch cast ich nicht mehr, weil ihr die ja selber bringt. Ähm. Ich habe, äh, äh, ProAim gegen... Speckfanatiker gecastet. Und, äh, da war eine Nuke, die war schon wieder, also das, die waren, die hatten jetzt keinen Schaden angerichtet oder so, aber das war schon wieder so random einfach. Das ist schön, sowas zu sehen immer. Also für alle, die das Video noch nicht gesehen haben, klickt da jetzt rein, ist ja klar, Leute. Seid nicht so schüchtern. Traut euch. Aber, aber, war, war okay der Cast, also war jetzt nicht, äh, wie der spanische Cast, also, ne? Ja, irgendwie der spanische Cast, der verliebt immer noch. An der Stelle, Psycho, einmal verlinken, bitte. Ich habe gestern, äh, 10 Videos oder so hochgeladen, also einfach nur mal, erst mal auf YouTube, ne, dass die da schon mal rumliegen. Und er meinte, ja, ja, ich bitch dir heute Abend durch. Ich so, bitte, was machst du? Ja, das ist, äh, I mean, go for it. Also, Psycho hat Zugriff auf unsere YouTube-Kanäle. Und der checkt da manchmal, oder was heißt manchmal, anscheinend öfter, äh, ob da Quatsch in den Videos drin ist. Er hat auch einen Fehler gefunden, muss man dazu sagen. Ähm, aber ja, bester Mann. Also, Psycho, wenn du das hier siehst, während du das Video schon in Vorschau guckst, hey, kann ich ja schon mal die Verlinkung raussuchen, ne? Ah, 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 ah. Äh, ja, unser Strat ist heute natürlich, äh, mit Warzenschwein und der 20% schnelleren Schubkraft richtig schönen Druck aufs Spielfeld zu bringen. Und den Jups, weil die halt auch so schön, weil wir, also, ne, hier Border Base Wingman ist man einfach so nah beieinander, dass man fast das Gefühl hat, man würde kuscheln miteinander. Ähm, und das wollen wir heute dementsprechend ausnutzen. Äh, Ritsch, Ditsch. Ritsch, Ditsch. Soll ich auf Top, ist wahrscheinlich, diese eine Querstrebe ist wahrscheinlich tödlicher, ne? Ich schieß mal auf Top. Soll ich dann zwei Nukes gehen oder eine? Eine, oder? Ja, Double Nuke. Double Nuke! Wenn schon, denn schon. Oh ja, das war ne Mine. Oh, das war ne Mine, geil. Und das schmeckt. Er hat mein Schreiber nicht getroffen. Ups. Er wird mich ja, er wird mir ja jetzt stinken, ne? So. Das ist der Bild, den sie nicht vergessen, damit würde ich gleich einmal zusammen klatschen. Aber dann brauche ich immer so viel Batterien, Finn. Mann, echt? Ja, wirklich. Voll anstrengend. Dann habe ich gar nicht die Zeit, mich wirklich hier... Ey, lass meine Windtuminen in Ruhe. Oh, auch, trotzdem auch mal erstmal ein Plasma. Okay. Ja, mach das. Ist genehmigt. Jetzt ein Feierbeam. Oh Gott, da haben wir, haben wir darauf geachtet, was sie eben gespielt haben? Waren sie wirklich Pinch? Ja, sie waren wirklich Pinch. Okay. Dann sollte ich mich schon mal verteidigen, weil da kommt gleich die erste Waffe. Das stimmt. Was Manni denn schön ist? Drüben hat Fire Plasma. Oh ne, nicht schon wieder. Also top, und unten ist ein Howie. Ach, nö. Der Howie ist wahrscheinlich schneller fertig als meine Nuke, ey. So ne Schande. Echt, meinst du? Ja, glaube ich nicht, aber... Ich brauche wirklich mehr Metall, aber ich muss auch mehr Eco-Upgraden und... Ah, Finn! Ich kann wirklich nur so ganz langsam Mutzpam bauen. Ich sehe gerade, dass meine Back-Tor-Weins gar nicht so sehr Backs sind, weil die ganz schön offen sind. Dann brauche ich mal ein Schild. Ich habe jetzt zwei Nukes. Soll ich die einfach mal auf Bottom reinhauen? Oder eine auf... Auf... Noch gar nichts, aber... Ich hau die da jetzt einfach rein. Ja, aber warum denn so frontal? Geht auf die Waffen. Top, ich hab ein paar Gunner. Eine Flakke, wie schon gesagt, habe ich geholt. Ich hole mir ein AP. Ich sollte wahrscheinlich mehr in Gunner investieren, aber... Oh ja, ich baue mal Gunner. Ich habe jetzt da reingezogen. Das wäre jetzt eine Schande, wenn nicht, aber ist alles gut, ja. Äh, ja, hast du... Hast du was? Ich habe was. Okay, dann... Moment, ganz kurz. Fabi baut gerade noch eine Tür. Moment. Aber da ist schon richtig. Ja, ich gehe jetzt auf den Hau. Klar, klar. Keine Frage. Ja, dann Abfahrt. Abfahrt. Ja. Nee. Schade. Wenn ich da jetzt mit Active und Plasma reinknalle... Probier einfach mal. Meine Gunner werden jetzt geholt. Oh Gott, wo schieße ich denn hin? Halleluja. Oh nein. Zero Damage. Ich habe ja da Sniper verloren. Ich brauche irgendwie was zum Baiten. Ich hole mir eine Waffenkammer. Ja, mach das. Jetzt kann ich die ganzen Flaks nicht rausbäten. Oh, Energie. Ah, puh. Gut. Very good. Ich bin jetzt bei den Jungs. Oh. Er hat bei mir auch noch eine Mine bekommen. Was? Das ist ärgerlich. Oh, Digga. Das ist ärgerlich. Mhm. Vielleicht kriegst du ein Plasma. Ja, nice. Ja. Wie kann der nicht sterben? Ich hole mal einen Nuke raus. Und jetzt noch eine rauszuholen mit Protection, maybe? Ja. Nein! Ah, die musst du direkt unter seinen Fortklinik. Ja, ja. Oh, der hat auch gedacht. Oh, he does hat mich fast. Ich krieg's jetzt selber immer nicht. Ich weiß nicht, wo der durch... Hä? Ich pende ein Snook. Ja, oh. Ja, gut. Dann erstmal zum Baden. Ja, gut. Ja, geht nicht. Ja, dann... Dann auch jetzt. Hat funktioniert. Oh, wow. Ein Garner. Einfach hält. Oh, mal... Oh, mal... Oh, mal was zu Baden und dann Minigun oder Shotgun oder was auch mal. Ja, na, 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 na. Wolle ich jetzt. Oh, ha, ha, ha. Alles gut. Alles gut, sagt er. Dann ist auch alles gut. Wenn das sagt... So, EMP-Bait is in the making. Das Ding ist, je höher ich baue, desto... ...desto höher muss man den Nuke auffliegen, was eigentlich nicht gut ist. Ich muss das EMP-Gerät anders bauen. Ah, wird schon schief gehen. Ja, sehr schön. Ja, er wackelt uns aus. Oh, snap mich. Ach, komm. Ich hasse es. Keep on. Keep on. Hold tight. Oh, oh. Ich hab einiges an Gun an. Hast du einen Feuerlaser? Ja, das hab ich. Mach Active an und dann düsen die richtig. Protect er dann nur das, was am oberen kommt. Ja, die scheppert aber gut rein. Eines hat auch in mich reingeschäppert, aber ansonsten geht's. Mein Gott, der trifft mit seinem Platz da immer auszusehen, meine Minen auch hier hinten. Ich komm an seinen Sniper nicht ran, den musst du contesten. Der nimmt mir immer die ganzen Gunner und dann kann ich mich nicht gegen den Haui-Verteidigung und das wird mich umbringen. Ja, ich versuch's. Gut. Ah, er hat seinen Mate getroffen. Ich brauch jetzt nur noch Firebeams einfach. Ja, okay. Ich hab den Sniper oben. Mein Sniper leider verloren, aber ich kann ein bisschen baiten. Und Bustor brauchen wir jetzt als nächstes. Die brauchen wir auf seine Flak. Bustor-Tag? Ja, ich kann's probieren. Bustor brauchen wir auf jeden Fall. Das ist ein cocky Call mit der Bustor, aber ich probier's. Oh, oh, ich werd jetzt mit Feuerplasma angegangen. Alles gut. Alles gut, sagt er dann. Oh, nein, ich hab grad einfach 294 Metall weggeworfen, Finn. Einfach weggeworfen. Crade mir noch deine letzten Minen ab, wenn du kannst. Ja, okay. Ich hab jetzt gleich wieder zwei Firebeams. Er hat leider nur einen Gunner bekommen gerade. Dann los. Ja. Oh, oh. Das ist ein Witz! Er wehrt's ab und tödelt mich einfach nebenbei. Oh, mein Gott. Der Waze sieht ganz schön ungesund aus. Quatsch, das musst du. Ich weiß, ich geh mal kurz auf seine Laser. Ich glaub, ich hab ein Plasma drüben. Ja, okay. Jetzt hab ich keinen Firebeam. Alles gut. Sehr schöner Bett. Hey, das ist so nett. Ich kenn mal den Smoke. Au, der Smoke Launcher ist mies. Nicht gonna lie. Der Haui ist auch mies. Oh, oh. Aber ich hab noch meine Produktsch... Ich hab nix mehr. Junge, was sind denn das für Schwitzer? Hör mal. Ich hab drei Firebeams. Ich glaub, ich schau mal, ob ich seine Waffe killen kann. Jawohl. Das sieht gut aus. Wie lebt es? Ach, weil's ein Haui ist. Ach, komm. Da hat er wohl keiner... Jemand keine Energie, wa? Ja, ich kann... Ich kann halt meine Gana nicht halten. Ich brauch den... Du musst den Sniper testen. Okay, sehr gut. Ist weg. Ich schau mal, dass ich mal genau gleich auf den... Die Waffe drüber schieß. Ich versuch einverzweifelt mit dem Paint. Ja. Oh no, so close. Ich hab die Gana... Alter. Das hat man testen müssen. Ich floate hier, obwohl ich so viel Geld... Das ist unfassbar. Ich brauchst nochmal Bass aus. Ich denk gerade, du musst... Verdammte Scheiße, Digga. Ja, wenn du... Wenn du painten kannst, dann... Sniper Contest, Sniper Contest. Ja, ja, ja. Bin dabei. Hab ihn. Ja, ich werd... Muss kurz. Ich baite jetzt mit einer EMP und dann haben wir raus, ja? Ach, ich hab keinen Strom. Ich hab Zero Strom. Ich muss erst Strom aufbauen. Ich krieg den scheiß Minigun da nicht gegriffen. Das ist doch jetzt ein Scherz, oder? So, das muss reichen. Ich hab genug. Ich hab keinen Strom. Das... Du musst noch weiter Stress machen. Es dauert noch, bis ich mich wieder aufgebaut hab mit Strom. Dann schau ich mal, ob ich ihn einfach so irgendwie kehren kann. Wow, er hat mich gedauert, ich hab mit zwei Firebems bekommen. Oh, tut mir leid. Alles gut. No, ich krieg's nicht runter. Sorry, ich kann hier gerade irgendwie nicht so wirklich viel machen. Das ist gut. Ich hab eigentlich so viel Wachen. Weil die wieder... All meine Gunner. Ja, ich hab einen Sniper. Den Minigun hab ich verloren. Wild. Ich penne mal einfach rein. Ja. Ey, wie fliegt denn die Nuke? Die macht solche Kurven. Die will aber auch getroffen werden, hab ich das Gefühl. Ja, hab ich auch das Gefühl, ja. Ach, die Tür da wieder zu, ey. Meine Güte. Ich verliere wieder Gunner. Jetzt mal mit der EMP. Ich hab keinen Sniper mehr. Fuck. Komm, wieder einen Sniper nach. Ich hab keinen Sniper mehr. Boah. Ecki. Da kommt gleich das nächste Haulgerät. Da ist ein Sniper oben. Er hat mal einen Sniper. Nicht gut. Muss ja nur konzentriert auf seine Kack-Waffe gehen. Ich krieg den nicht gegriffen. Probier's. Jetzt. Ja, guck mal. Jawohl. Oh mein Gott. Wunderschön. Endlich. Sub, Ballot, du. So funktionieren halt einfach Nukes. Irgendwann kommen sie durch und dann ist alles vorbei. Oh, oh. Oh, oh. Ich pein die nächsten Juk. Ja. 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 Ah, eine Höhe, eine Höhe, eine Höhe. Ja, ich weiß jetzt, wo die Flagge sitzt. Ich kann ja nächstes Mal snipen. Nee, das ist ein Witz. Okay, ich muss noch kurz. Ich hab mal bei dem oberen ordentlich A geklärt. Ja, ich hab die Flagge vom unteren. Ich werd nochmal EMP baiten. Boah, bin ich jetzt eingetroffen. Probier mal eine Nuke durchzubringen. Ja. Kannst die andere bei hinten? Oh mein Gott. Ja, kommt. Das ist doch ein Witz, dass dieser eine Kackaner das wieder rauskriegt. So viel Waffen einig. Das ist schon beinig. Muss die mal koordiniert kriegen jetzt hier. Oh, oh. Top-Base geht auf mich. Noch lebe ich? Ich müsste noch ausnehmen, weil ich shit bin. Mein Kern ist nicht mehr so gesund unterwegs, aber... Ah, jetzt hab ich grad nichts ab. Alles gut. Ah, doch. Kommt ab. Kommt trotzdem auch mal Lucky durch, endlich. Keine, nie. Ich penne das nächste Gerät. Hab nichts ab, außer ein Plasma. Ich misse schon wieder. Ich bin so... Eieiei, schon wieder zweimal aufs Schild. Genau derselbe Schuss. Ich würde nochmal zwei Plasmas mehr jetzt. Jetzt mal auf seine Waffen einfach. Ich hab wieder zwei Pfeil-Wingens-Ready theoretisch. Ja. Dann paint ich jetzt auf Bottom. Ja. Seine Plasma-Laser, dieses Game, sind unfassbar stark. Wieder eine Flak. Die hab ich. Da oben kommt was. Ich brauch mehr Batterien hier. Oh, der hat keinen Platz noch mehr. Ich hab den irgendwie bekommen. Anscheinend. Okay, nice. Ist aber auch wirklich eine Menge an Plasmas. Hast du Protection? Ja, ja, ja. Ja, schönes Ding. Ja, das muss es jetzt gewesen sein. Na schön. Ja. Geil. So, dann lieber Top-Base. Kontrahent da oben. Kommst jetzt auch mal in den Genuss, endlich. Oh Gott, wo? Oh mein Gott. Nee. Das wär's fast gewesen. Aber reist fast, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, ich hab keinen Sniper da. Ich muss nur einen Sniper bauen. So viel Geld ist unfassbar. Guck mal, habt ihr noch einen Winkel? Er hat aktuell, glaub ich, keine Anti, ja? Aber Plasma ist, glaub ich, noch im Bau bei ihm. Oh ja, das sieht gut aus. Oh, nee. Oh, ja, ja. Oh, meine Güte, ey. Ey, Junge. Was? Ein Totgeschwitze, du. Ey. Was? Boah. Junge, krank. Junge, Junge. Krank, dass du das gedreht hast. Ich hab so viel gefloatet. 6.000 Metall, du 5.000 Metall. Okay, Mut hat 10.000 Metall gefloatet. Respekt. Ey, ich hab so viel gefloatet. Boah. Der hatte zwei Howies da. Schisch. Aber du hast ihm immer wieder die Energieproduktion genommen, deswegen konnte er nicht schießen. Ja, du hattest halt schön die ganze Zeit der A irgendwie. Irgendwie haben wir es halt einfach gebacken bekommen. Weiß auch nicht. Irgendwann ist es halt einfach eine Jugend durchgekommen. Nee, zwei, glaub ich, waren es direkt. Ja, gut. Irgendwann kamen zwei Daten, waren die Howies halt komplett Matsch. Boah, Junge, 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 Junge. Das war ey, ich hab mich schon 10 Mal tot gesehen, ne? Immer wenn meine Ganna rausgenommen wurden, ich dachte, ja, jetzt krieg ich den Howie ins Gesicht. Ins Gesicht. Aber dann kam mir was, ey. So Glück gehabt. Ja, Leute, GG schaut bei 5 vorbei, dann nehmen wir auch ein paar Runden auf und, äh, ja. Scheiße. Und dann sehen wir uns. Haut rein. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017